Hallo! Oh mein Gott, ciao! Wir sind zu zweit in dieser kuscheligen Höhle. Ah, das ist die Liebesgrotte. Ja, schauen wir mal hier mit einem schönen Feuerplatz. Oh! Komm, wir sind... Ich springe bestimmt nicht darüber mit meiner Rüstung. Ich hab da kein Talent für. Ja, ihr fragt euch gerade bestimmt, warum wir hier unten sind. Fragt euch, fragt euch nur. Genau. Das liegt darin, dass ein Abonnent gesagt hat, dass ihr unten unter so einem Flussdelta, wie ihr oben rechts hier in der Minimap seht, angeblich eine Schildkröte ist. Aber das war alles gelogen. Wir sind hier nur so einfach. Weil wir danach gesucht haben. Wir wollten euch nur die Liebesgrotte zeigen. Unser Rückzugsplatz. Die Lustgrotte. Ja, genau. Nein, natürlich nicht. Doch, schon auch, aber... Ah, komm mal her, Raffi. Ich zieh dich mal her. Nein! Komm mit. Und mir klingelt schon wieder das Telefon. Oh mein Gott. Das ist eine Schildkröte. Ah, Hilfe! Schauen wir mal, das ist eine Schildkröte. Was? Die hab ich ja noch gar nicht gesehen. Ein Turtelboss. Ja, dann machen wir die jetzt kalt, oder? Ah, bevor sie hier zu viel rumturtelt. Alter, ich hänge hier irgendwie fest. Ich kann mich nicht bewegen. Nein! Da unten ist mein Haken. Hä? Ah, ich bin... Nein, ich hänge. Ich werde sterben. Ich krieg keine Luft mehr. Du bist doch hier. Komm doch nach oben. Nein, kann ich ja nicht. Mein Haken hängt hier irgendwo fest. Ich zieh mich jetzt rauf. Komm. Ah, so. Oh Gott. Turtelboss. Jetzt bin ich... Ich bin immer noch nicht frei. Sag mal, Raffi, das funktioniert nicht. Ja, ich mach mal hier kurz... Kann ich den Haken wegschmeißen? Jetzt hab ich meinen Haken weggeschmissen, jetzt sterbe ich. Ich mach dabei den Boss fertig, gell? Die wehrt sich auch nicht, warte. Ich geh ein bisschen näher dran. Ich will den Angriff von der sehen, wenn sie einen hat. Macht die gar nichts? Oh, ich hab gerade einen Feuerpfeil unter Wasser geschossen. Das war nice. Alter, kann es sein, dass der Server hängt? Ich kann meinen Haken nicht aufnehmen. Nee, der Server hängt nicht. Doch. Hier steht ein Pfeil in der Luft, Raffi. Nee, das ist Bullshit. Ah, ich sterbe. Nein. Heil mich. Heil mich. Drei Herzen. Ah. Was macht's denn? Irgendwas geht heute. Die packt gerade ein gutes Zeug aus dem Arsch. Achso, das sind Nummern. Nein. Das sind Nummern. Und die scheiß. Guck mal, kannst du den Haken hier aufnehmen, der hier liegt, Raffi? Warte, ich muss jetzt mal den Boss fertig machen. Hilf mir mal. Ja. Heilt sich. Ich brauche wieder Luft, warte. Ich hab sie gleich, ich hab sie gleich. Ich kann nix machen. Das ist scheiße. Tschu. Tschu. Die nervt mit ihrem scheiß Kack. Ach, geht doch kaputt. Ich muss mich mal heilen hier. Wir haben's gleich. Ja, komm, komm, komm. Boah, nice. Was? Die hat Liebe von sich gegeben. Liebe? Ja, so Herzchen. Oh. Sie ist verliebt. Und ich hab... Wo konnte ich hier nochmal hoch? Raffi, ich hab mich grad verirrt. Achso, hier an der Seite, ne? Ich hab Turtle Scale bekommen. Yay, voll gut. Was für ein Enterhaken? Soll ich aufheben? Guck mal, hier unten müsste ein Enterhaken liegen. Siehst du den? Ich kann den nicht aufheben. Kannst du den wieder... Oder? Hab ich? Hab ich den aufgehoben? Ja, du hast den aufgenommen. Cool. Und ich häng hier eigentlich immer noch irgendwo fest. Ich seh ab und zu nochmal so eine Schnüre rumhängen. Ja, ja, ich seh's auch. Soll ich den ergeben? Ja, das wär ganz nett. Das ist doch mein Lieblingsspielzeug. Warte, ich sag mal kurz, was man mit Turtle Scale machen kann. Bestimmt Rüstung. Das wär natürlich voll episch. Kannst du so ein Panzer anziehen und dann geht's los. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Damit kann man sich Turtle Helmets und so machen. Das ist ja voll... Ist voll weit. Oh, oh, oh. Schnell, 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 schnell. Man schwimmt voll langsam hoch. Ja, ach nee. Stimmt, wir kommen hier raus. Au. Au. Das wird sehr, sehr knapp. Warum hast du dich nicht einfach da rausgekramen, wo kein Wasser ist? Sterbe, Raffi, ich sterbe. Bin tot. Ich tp mich, Raffi, ne? Kein Kommentar. Ach man, wieso bin ich tot? Warum wohl? Vielleicht liegt einer. Ich kann mich nicht tp'n. Doch, da bist du. Wo bist du, Raffi? Wo stehst du? Ich bin auch da hinten, ist die Lusthöhle. Du stehst in mir. Ah, da ist dein ganzes Zeug schon. Ah, wie es alles runterfällt, ist es nicht schön. Jetzt hast du, ah, jetzt bist du ohne Rüstung hier. Also ohne, also ohne richtige Rüstung. Ja, es ist jetzt auch voll dunkel. Hey, hier fehlt die Hälfte. Hast du ja nicht aufgenommen, Raffi? Ne. Boah, ne, oder? Oh, Sand. Das ist ja voll... Ey, 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 ey. Ich komm hier nicht mal rauf. So, jetzt erst mal. Was hab ich denn noch? Äh, nein, 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 nein. Das kann jetzt nicht wahr sein, dass ich hier alles verloren habe, oder? Keine Ahnung, also das ist alles, was ich gesehen hab da unten. Also, den Knapsack hab ich noch, allerdings ist nichts mehr... Nein, ich nehm Schaden, warum nehm ich Schaden? Schabo, 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 schabo. Okay. Das kann doch nicht alles sein, oder? Keine Ahnung, also mehr hab ich nicht gesehen. Wahrscheinlich hängt der Rest irgendwie noch in der Luft oder so. Ne, auch nicht. Nein, ich mein, in dem Gang, wo du nach rumgeschwommen bist. Wo war denn das ungefähr? Da schau ich da mal kurz oben hin. Bist du dir halt drunter? Ja. Echt? Das ist aber kein Gang. Wo bist denn du jetzt hin? Direkt über dir. Nein, nicht da. Ja, zeig mal, wo du hochgeschwommen bist. Ja, warte, hier. Ja, hier, was, wo, hier? Ja, du siehst mich da, oder? Ah, da, jetzt sehe ich dich. Pass auf. Hier. Bin ich zu weit? Na, ich muss wieder zurück, sonst sterb ich. Warte, ich hab hier nicht meine Spitzhacke. Ich kann hier nicht mehr was abbauen. Warum gehen hier Sachen verloren? Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, wenn du so dumm bist und stirbst. Ah, da. Ja, hier oben liegt noch so viel Zeug. Ah, hier ist der Rest. So, das gönne ich mir jetzt. Ach so, da. Oh, meine Klamotten. Yay. Jetzt hätte mich auch stark gewundert, wenn die Sachen hier verloren gehen. Das wäre ja der größte... Alter, wie weit das geflogen ist. Ja, wenn du einfach so stirbst im Wasser, dann... Ja, Stürmen ist legitim, ja? Es ist nicht verboten, hier umzukommen. Ja, dann riech dich auch nicht auf, dass du umkommst. Warum habe ich jetzt noch eine Thief's Chestplate? Ich habe jetzt zwei. Die sind identisch. Ist doch cool. Das ist Cheaten. Von wegen ist die Sache verloren. Die duplizieren sich. Die vermehren sich. Ja, das ist auch scheiße. Wenn wir nicht hinschauen, dann... Ja? Poppen die einfach. Wie die großen. Klamotten poppen. Okay, jetzt haben wir voll viel Zeit hier vertrödelt, ne? Ja, pff. Soll schon. Wegen dir. Es ist... Ja, wegen mir. Es nervt mich manchmal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Ah, nee, meine Fackeln sind noch da. Du? Nein, ich habe fast gedacht, meine Fackeln sind weg. Äh, wir wollten... Oder du wolltest doch noch zu diesem coolen Dorf da hinten schauen. Ja, weil das ist ein Hafendorf, genau. Das fand ich voll toll. Also, vielen Dank für die ganzen Vorschläge oder so, die ihr unter die letzte Folge geschrieben habt. Wir haben es leider noch nicht gelesen, weil wir die direkt nach der anderen aufnehmen. Das hättest du jetzt viel cooler rüberbringen müssen. Und wir überlegen jetzt, was wir machen, weil das waren echt viele Vorschläge. Generell kannst du auch sagen, Tag it light. Ja, genau. Wird eh vorgeschlagen. Ui. Boah, ich bin voll der Jump-Profi und jetzt häng ich. Wo bist du, Raffi? Ich bin so beim Dorf fast. Was? So schnell? Ich bin schon beim Dorf. Ich bin sehr schnell, Schabo. Natürlich nur beim Reisen. Schneller als die Poli... Na. Was? Nix. Weißt du ja nicht, was du jetzt hier gerade wieder für einen ekligen Schweinkram erzählt hast? Was? Das war eine ganz normale Aussage. Wo ist denn das Dorf? Da. Aber man muss hier ein Berg sein, Mann. Mann. Ich hasse Berge. Berge sind scheiße. Ich hasse Österreich. Ja, ich weiß das. Weißt du nicht, dass ich Österreicher bin? Doch, deswegen ja. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Berge sind so nur ein Nebengrund. Seitdem ich weiß, dass du daherkommst, finde ich Österreich sehr unsympathisch. Sehr gut zu wissen. Und jetzt haben wir ein Eisbium. Im Eisbium gibt es ja immer diese Bergfestung in Bandschweiger. Schauen wir da vielleicht nochmal hin. Achso, ja. Hast du das Dorf schon erkundet? Hey, guck mal, wer der ist. Das ist ein ganz normales Dorf. Das ist voll langweilig. Nee, das ist voll langweilig. Das ist voll langweilig. Weil ich Freddy bin. Alter, hör mal auf zu ruckeln. Lark, Mann, Charu, was machst du schon wieder? Hör auf, deine Pornos runterzuladen. Nein, ich loade die auf den Server gerade. Achso. Ja, damit du die auch angucken kannst. Raffi bettelt nämlich immer. Ich battle mich mit dir, ja. Hier ist ein Damage-Schneidor. Oh nein, ist das selten. Krass. Voll krass. Ich meine, wir können ja nochmal eine Dimengel-Torstour machen, ne? Die war ja schon gut. Die war echt erfolgreich und episch und, ja. Reden wir am besten nicht mehr drüber. Ich fand die super. Lark. Ah, da unten bist du. Also früher fand ich Berge nicht so schlimm. Ich weiß auch nicht. Das ist ja voll das Scheiß-Eis-Biom hier. Das Scheiß-Biom quasi. Ja. So könnte man es auch ausdrücken. Scheiß-Eis-Biom. Ah. In Scharbonisch. Bist du lustig. Warum fängst du jetzt immer an, mich zu beleidigen, Raffi? Scharbonisch? Warum? Was? Keine Beleidigung. Natürlich. Genau so, wie wenn ich sagen würde, du sprichst Deutsch. Na, das, was du sprichst. Das, wenn ich das sagen würde, würde man denken, das ist ironisch. Ironisch? Alter Beier. Man, das ist ja voll langweilig hier. Das ist ein Bergeis-Fetter-Tannenbaum-Biom. Irgendwas. Oh, Tannenbaum. Au, ich habe einen Pfeil kassiert. Von wo? Da oben? Scheiß Scharfschütze. Ist jetzt die Frage, was wir machen? Machen wir eine kleine Erkundungstour? Oder? Hätte ich schon gesagt. Ja, wo bist denn du? Ich bin so ein bisschen nach Süden gegangen jetzt. Alter, was ist das? Hier kannst du über den ganzen See rennen. Das ist voll geil. Ich bin jetzt im Süden, da wo das ganze Eis ist. Da bin ich auch. Alter, das ist noch so ein kleiner Eistreifen. Ich folge jetzt einfach mal dem Eistreifen. Das geht nämlich um größeres Eisbio. Aber sonst, ein Süden... Was? Wo? Süden. Süden von dem Delta, wo wir gerade waren. Ist Süden unten? Ja, Süden ist unten. Ja, da wo Süden ist unten. Ach da. Deine Tipps sind aber auch echt schlecht, muss ich heute sagen. Im Süden, ja. Da kann man auch so viel Falsches reininterpretieren. Du bist kein Raffi-Raffi. Ich bin raffinierter Raffi. So schaut's aus. Lack. Das ist jetzt auch echt schwer, wenn du mit dieser Rüstung rennst. Da brennt der Server. Ja. Also wenn ihr heute Rauchschwaden in Bayern seht, das ist Raffis Server. Und ich hab ganz schön Hunger. Soll ich dir einen Apfel geben? Nein, ich hab noch mein Schweinefleisch. Oder Menschenfleisch. Eins von beiden. Hydra-Fleisch. Ja, das hab ich in die Kiste getan. Ach so. Das war voll cool. Was haben wir da gleich nochmal alles bekommen? In der Real Generation. Das war's auch schon. Oh. Was alles? Und das ist noch nicht alles. Ich geb Ihnen noch nichts dazu. Ich hab hier einen Brunnen gefunden. Oh, einen Wunschbrunnen. Werf eine Münze rein. Ich hab keine Münze. Ich hab einen Emerald-Chart. Ich wünsche mir, dass Schawo nicht stirbt. Hier ist so eine coole Sperr-Statue wieder aus Cobblestone und so. Oh, da ist Eisen drin, ne? Weißt du ja. Im Sperr, ne? Echt? Ach so, ganz oben, gell? Ich weiß nicht. Irgendjemand hat geschrieben, dass da Eisenblöcke drin sind, oder? Ja, auf dem Sperr drauf, oder? Da seh ich aber kein Eisen. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich verlasse mich hier auf dich. Weißt du, dann ist man aber auch vollkommen verlassen. Warum ist hier eine Treppe? Was ist das für ein fetter Baum, bitte? Guck mal an. Hier geht's runter. Hier ist eine U-Bahn. Was? Nordöstlich von... Hä, wo bist denn du? Ich seh die Statue nicht. Ich bin hier bei so einem Battle Tower. Du bist schon wieder im Grünen, ne? Ja, ich bin im Grünen gerade. Ich bin bei dem fetten Baum im Grünen. Dann geh ich jetzt hier in die U-Bahn. Ich will auch in die U-Bahn. Äh, hier spawnen... Was ist das? Hier spawnen Minotauren. Ich will auch. Geil! Oh, hier sind voll viel... Oh, eine fressende Kiste! Sie will mich fressen! Nein! Hä, was? Bist du noch im Eisbiom? Ja! Siehst du den Battle Tower da? Den kaputten. Ja, und östlich davon steh ich. Östlich davon? Kurz bevor du ins Grüne gehst. Ich hab was gefunden. Ah, da hinten. Wo bist du? Seh ich dich? Ja, ja, da. Ja, guck mal, hier runter. Ich hab grad schon eine fressende Kiste getötet und da unten ist ein Minotaurus. Was? Das ist so ein... Das ist eine verfluchte U-Bahn. Ah, der hab ich auch nie gesehen. Da kommt doch Dark Souls-Feeling auf. Aber echt? Äh, hast du noch was zum Futtern? Zum Futtern? Ja, brauchst du was? Äh, ich hab irgendwie nix mehr. Ja, gleich. Äh, ich könnte noch Redstone essen. Kannst du das fallen lassen? Was ist das? Mann. So, Plasma hab ich bekommen. Alter. Ich bin ein Geisterjäger. Normalerweise nimm ich immer was zum Essen mit, wenn ich was find. Danke. Ja, das ist aber das Problem. Mittlerweile nimmt man schon gar nichts mehr mit. Ah ja, hier, ich hab noch ganz viel. Weißt du, was mich nervt? Spinnenweben. Weißt du, was mich nervt? Was denn? Spinnenweben. Oh, der macht so einen geilen Hieb. Der nimmt die Axt in die Hände und dann zieht der die über den Kopf. Voll geil. Alter, Mann. Was sind das hier unten? Das ist voll geil. Das ist aber schon ein bisschen auffällig, wenn da so zwei Einzelchests nebeneinander stehen. Ja, es könnte ja eine Redstone-Chest sein. Weißt du ja nicht, ne? Obwohl. Ah, das ist echtes. Silk Touch. Au, au. Scheiß, mir geht's raus. Oh, nochmal. Ja, voll cool hier unten. Hier war was für mich drin. Respiration, Efficiency, Protection, Thorns. Ja, ne, ne, ne. Was denn? Ich will die alle töten. Ach so. Geht's dir wieder raus aus der U-Bahn? Keine Ahnung. Nee, geht's weiter. Oh, was ist denn das? Guck mal, hier liegt eine Rüstung rum. Alter, guck dir das an. Haunted Armor. Wie geil. Und die Kiste, ey, guck mal, die Kiste bewegt sich. Hast du das gesehen? Ja. Die kannst du schieben. Ah. Ja, ich weiß ja, dass das ein Gegner ist. Wie unerwartet. Eine Mimik. Voll geil. Weißt du, guck mal, warum fehlt hier so ein Block? Frag ich mich auch. Ich glaub, es ist einfach nur ästhetisch. Guck mal, da geht's weiter runter. Aber ich glaub, es ist eine Höhle. Oder? Ja, das wurde hier einfach draufgepflastert. Na cool. Man gibt ihm eine Blöcke. Ich hab gleich nichts mehr zum Hochboden. Aber das war's auch, glaub ich, schon. Nein, nein, hier hinten ist noch was. Noch eine Haunted Armor. Toll, damit die kaputt macht. Und hier, Achtung. Minotaurus. Nein. Was haben wir hier? Noch eine Kiste. Zweifel musst du auf die Kiste immer vorher draufhauen. Voll der Cockblock. Was? Okay, kaputt. Was ist mit Kocks? Cockblock. Und ich bin schweinig, ja? Oh, hier sind drei Rüstungen. Ich brauch ein neues Deckpack. Sogar eine Eisenrüstung. Ah, Minotaurus. Findest du so viel? Ich find nix. So, ich mach erstmal mein Inventory wieder. Oh, das war zu früh, verdammt. Ich hab sie noch nicht gekillt. Ich muss schon sagen, dass mit den Night Vision ist verdammt praktisch. Ja, dann brauchst du keine Fackeln mehr, ne? Oh, da warst vier, fünf Rüstungen. Wie viele Rüstungen sind das? Fünf Rüstungen. Dein Retter kommt, Raffi. Keine Angst, Baby. Ich werde dich... Oh, schau, mein Held. Ich werde auch all diese Mimics besiegen. Wie sie ankommen. Wie so eine Herde. Oh, eine echte Kiste. Fortuna und Aqua Affinity. Das ist gut. Das hab ich auch grad gefunden, ne? Deswegen meinte ich ja, das ist was Gutes für mich dabei. Aber wenn man draufhaut, dann geht's nicht, oder? Ich hab mir grad da draufgehauen und da hat sich nichts getan. Doch, bei mir schon. Ich hab ja direkt draufgehauen. Ja, ich auch. Warst du hier hinten schon? Ja, da war... Du bist unten. Von wegen, da warst du schon. Dann ist die neu gespawnt. Laber keinen. So, hier ist wieder ne... Die Kiste war echt. Jetzt weiß man nicht mehr, ob das ein Gegner ist, oder ob man hier schon war. Voll creepy. Guck mal, die ist neu gespawnt direkt. Hinter dir. Was war mein Gott? Drei Millionen Tauren. Na, zwei. Zehntausend. Millionen. Okay, waren wir noch nicht. Ach, guck mal, hier ist... Hä? Spawnen die immer wieder einfach? Ich frag mich auch gerade. Das ist irgendwie so... Weil hier sind jetzt wieder fünf neue. Hä, war ich jetzt hier schon? Ah, hier... War ich hier schon? Hier war ich schon. Hä? Verrecket. Ihr edlen Kampfes-Rüstungen. Da spawnt vor meinen Augen ne neue. Ja, ja. Knockbuck. Hast du noch was gefunden? Ja, ich bin gerade noch in ne andere Richtung. Hier war ich schon, weil ich mich hier schon mal runtergebuddelt hab. Was? Und hier ist nicht mehr. Okay, ich glaub... Also hier hab ich jetzt schon alle Gänge erkundet, glaub ich. Außer den hier. Siehst du, haben wir sogar noch mal was Neues gefunden. Hätte ich gar nicht gedacht. Hier ist noch mal ne Rüstung. Oh, ich glaub ich hab... Hast du nen Gang irgendwo durchgebaut oder so? Ja. Ja. Aber dann ist das hier... Dahinter waren viele Rüstungen. Dann warst du hier schon. Jupp. Ist das hier was Neues? Hier sind vier Rüstungen. Die sind aber nicht neu. Die sind nicht neu. Oh, aber die Minotaurin, die spawnen hier echt. Ja, die Rüstungen spawnen auch immer neu. Wie Kühe auf der Weide. Also wenn wir nicht so OP wären, dann hätten wir unten, glaub ich, wirklich ein Problem. Ja. Weil die echt schnell wiederkommen. Ja. Ja, aber ich glaub, das war's dann auch, ne? Dann können wir uns hier wieder verziehen. Wenn ich rausfinde, das ist jetzt noch so die Frage. Wieder für Pissen. Jetzt ist der Eingang ja zugegangen. Der Weg ist versperrt. Hab's, hab's. Ich hab's gefunden. Das, direkt hinter mir gespawnt, der Minotaurus. Warte, waren wir hier schon? Ja, waren wir schon. Ich glaub, direkt am Anfang. Ne, voll nice. Voll nice Auto. Ja, verlassen wir das U-Bahn wieder. Und dann würd ich sagen, mit diesem nice Ignis hören wir hier auf. Nice Ignis? Mhm. Was sind das denn für Wörter? Ein Neologismus. Schön. Schon, gell? Wenn man irgendein Bullshit labert, einfach sagen, das ist so eine Wortneuschöpfung. Ja, genau. Ach, herrlich. Ja, aber war cool. Ja, definitiv. Und da ist die Statue, die ich vorhin meinte. Mhm. Links, sehr schön. Links von Thor. Hast du sie schon gespawnt? Ach, gespawnt. Ja, gespawnt. Äh, geraped, mein ich. Geraped, mein ich. Aber ich hab, da ist auch nirgends Eisen oder so, glaub ich. Nein, wirklich nicht? Nee, ich seh keins. Ich trau dir nicht, mein Freund. Ich seh da keins. Da ist ja nur Viererblock, da kann ja nix drin sein. Eben. Wo bist du jetzt? Ach doch, okay. Na gut, dann würde ich sagen, wir packen's, oder? Schabo. Ja, wir packen's, Junge. Gut, dann. Mit dieser nice Ignis-Folge. Mal wieder danke, dass ihr alle dabei wart und du natürlich auch, Schabo. Ja, danke. Und du lagst gerade und hängst den Server. Epileptische Anfall. Was macht's? Tschüss. Tschüss. Und du sagst, ich will be the one to let this go.